Im Maklervertrag ist geregelt, was Ihr Makler für Sie leistet. Am schnellsten führt der Alleinauftrag zum Erfolg. Sie können zwar mehrere Makler beauftragen, jedoch beschleunigt das den Verkaufsprozess nicht. Denn die Makler konkurrieren. Schnell kann das ins Chaos führen. Wenn sich mehrere Begleiter um den Verkaufsprozess kümmern, zeigen sie oft nicht den vollen Einsatz. Im ungünstigsten Fall verunsichern sie die Interessenten. Denn wenn verschiedene Angebote im Umlauf sind, ist unklar, wer der richtige Ansprechpartner ist. Die Praxis hat gezeigt, wird eine Immobilie von vielen angeboten, verkauft sie sich schlechter. Für uns beruht eine Geschäftsbeziehung auf Vertrauen. Schließlich begleitet ein Immobilienmakler Sie bei einer großen Entscheidung Ihres Lebens. Denn nirgends geht es um so viel Geld wie beim Verkauf oder Kauf einer Immobilie. Mit dem richtigen Immobilienprofi an Ihrer Seite verschaffen Sie sich Sicherheit. Ein Profimakler versteht Ihre Bedürfnisse, wahrt Diskretion und ist mit allen Aspekten des Immobilienmarkts vertraut. Er kümmert sich um die Transaktion und führt Sie schnell zum erfolgreichen Abschluss. Er schützt Sie vor Irritationen und Besichtigungstourismus. Ein Makler-Alleinauftrag ist ein Pakt der Wertschätzung und des Vertrauens auf Gegenseitigkeit.